Willkommen zu ner weiteren Folge Lovey mit dem Roro. Ja, hallo. Weiter geht's. Oh, hat's immer noch nicht Backen gekriegt hier was zu kaufen? Doch, bin doch schon noch dabei. Warte mal. Wir warten immer noch. Ich warte. Nix geht los hier. Mit oder ohne. Was mit oder ohne? Mit oder ohne. Ja, was denn mit oder ohne? Kette. Na klar mit Kette. Mit Kette sieht er viel geiler aus. Okay, kostet 5000 mehr. Okay. Äh, äh, okay. Ja, wo ist er denn? Wo, wo? Der schwebt. Wie schwebt? Jetzt schwebt er nicht mehr. Alter, sieht er cool aus. Da kommt doch noch was. Warte mal. Nix. Nix. Das große, ne? Ja, das ganz, ganz, ganz große da. Äh, zwölf. Da ist er. Da steht er. Und er ist schon mal drinnen. Lass mich erst mal wenigstens ankommen. Ja, der haut ja schon mal ab. Uh, der hat Power. 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 Das Streitwerk ist auch ein bisschen länger. Ach so, sehr lang sieht das vorne aus, du. Zwölf Meter. Und das andere war? Oh, alter, die Geschwindigkeit ist immer heftig. Ja, du musst ein bisschen aufpassen. Äh, das alte war... Äh, ist ja auch zwölf Meter. War das auch zwölf Meter? Äh, äh. Hast du's falsche gekauft? Nein. Sicher? Ja. Muss ich nachgucken. Das alte ist 13,7. Äh. Zwölf Meter. Ist das lang hier. Wir hatten... Hier ist noch was mit... mit 13. Wow. 14,5. Äh. Äh, in Schneidewerk. Normal. Also ohne Mods. Also... Ne? Hörst? Oh, das kriegen wir nicht auf den Tropf? Ne. TR-1090? Nein. Hm. Das ist... 13,7 Meter. Das längste. Äh, also roh, da solltest du vielleicht noch mal demnächst nach einem gemoddeten gucken, der da draufpasst. Vielleicht passt der ja. Ja. Dann musst du mal kaufen. Dann bring ich mal das Schnell. Äh. Ja, kannst du nicht. Ich denke mal nicht, dass der passt, weil es ja passend zu blablabla. Ja, wenn der passen sollte, kannst du den ja dann gleich verkaufen. Da ist er. Jesus. Das ist der grüß der originale. Ja. Bist du hin? Oh, der hat Power Marge. Das hat er. никals, kann das? Nice. Aber es passt. ja auch probier mal aus Prozent Fahre mal das Ding ein was denn ein einfahren die Räder einfahren und zu Klappe also kann ich das hier verkaufen jetzt okay er öffnet zum ersten Mal hier die Luke cool war ein Mann frei läuft, wa? ja dann, kannst du los hier hier passt ja mehr rein ne, ich glaube genauso hier passt mehr rein ja hier fällt mir ja hier fällt mir erster wenn du mir die Kurve schneidest ich schneide ich schneide, nein wieder Freile haben alle gesehen schuft 4,5,6 ne, oder hat er gar nicht ich habe nur die Kanten ein bisschen weicher er hat ja gar kein Eilrad und so was ein paar auch nicht warte mal, wir können doch, wir nehmen, jetzt müssen wir erst mal Trecker tauschen hier schön texturiert schön texturiert hier drin auch der Sitz schön gemacht trecker tauschen oh, schieb doch mal an was soll ich anschieben? mich warum warum wieso soll ich die Hand schieben? na, der nimmt nie was machst du da hinten? sorgst du nicht weißt du, die Straße ist sowas von groß, sowas von breit, was machst du? hm, ich fass es nicht ah, toll, jetzt baut er einen Unfall hier nehm dich einfach mal ich nehm dich mit so fertig so na weißt du, während der Fort hier drinnen umgucken, das ist äh, kreuzgefährlich oh, Mensch, irgendwas hängt vor mir, was abbremst was ist denn das? oh, leider leider ok, ich steig aus hm, 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 hm ach, da ist n' Traktor Was macht n' der da? nee, nee, nee vor allem der Motor läuft doch ja ja das nennt man Benzinverschwendung muss man alles machen kann ich nicht warum wir nicht äh, mir gehört ja doch nicht hm, mir auch die na ja, dann, 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 lassen wir uns stehen hatte ich morgen aus Prozent kreativiert sich ein Koppel Hier steht alles im Weg, wenn du mir alles in den Weg stellst. Ja, ich will da. Auslastung über 100% Standrotter? Cool. Über 100% macht das. Naja, also 100%, das war schon komplett rot, der wäre noch höher gegangen hier. Was? Schrägförderung ist verstopft, was? Achso, das gibt es auch, ja. Was ist verstopft? Ich habe es anlassen. Ernsthaft? Ja, gibt es auch, ja. Wollt denn, reparieren? Achso, alles verstopft hier. Wollt denn, was denn? Beschreibung steht aufsteigen und dann, dann, dann musst du ganz hier. Äh. Warte mal. Kornprobe entnehmen. Nein. Was ist verstopft? Äh, 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 äh. Schrägförderer. Wo ist der Schrägförderer? Das weiß ich schon nicht. Einsteigen. Nein, möchte ich nicht. Schrägförderer. Wie kann das verstopfen? Stroh, äh, Strohwand aktivieren oder deaktivieren? Hä? Weil, wenn du hier so rumherläufst, siehst du hier oben so, äh, äh, Beispiel, wenn ich jetzt hier stehe, Strohwand aktivieren. Ja. Ja. Ich zeig's dir. Gucken wir mal hier hinten auf das Teil. Warte mal. Wo steht's? Ups. Nein, das war jetzt Kaka. Du musst doch R drücken. Ja. Und nun? Hast du jetzt drückt? Ich auch. Und nun? Das ist das, wie sich das Ding bewegt. Ja. Das ist einmal ausschalten. Warte mal einmal gucken. Ja. Und nun? Äh, woher ausfahren? Äh. Ach, das ist doch von der Klau, oder? Ach, ich hab's erfunden. Wo? Wo? Schrägförderer von Verstopfung befreien. Auf B drücken. Aha. So befreit. Es müsste... Ja, er läuft wieder. Er läuft wieder. Los, ganz weitermachen. Da hast du auch noch nicht gewusst, ne? Das ist komisch. Ich weiß, wenn ich verraten habe. Äh. Hier kommt ein Warnzeichen. So ein Warndreieck. Wieso Warndreieck? Ja, weil der bei über 100... Also bei 100% ist schon wieder. Ah. Schrägförderer ausverstopft. Der darf nicht bei 100% ankommen. Das ist mies. Fahr du mal damit. Ich... Ich krieg die Stroh hier nicht weg. Bitte irgendwie... Ja... Ich zwitschere. Schaffst du's, Roro? Warte... Selbstform. Natürlich selbstform. Macht auch mir mehr Spaß. Das Ding ist ja ganz schön anfällig, du. Fahr doch mal. Ja, also kommst du wieder auf 100%. Das war geil. Ja, das ist die Menge, die er einsammelt. Aber schön gemacht, das Ding. Also wenn du so, sagen wir mal, 7, 8 km h fährst. Mit Tempomot, oder was? Na, ich teste jetzt gerade so. Aber so 7, 8 km h müsste eigentlich passen. Ich frage mich, was dann ist, wenn der Helfer fährt. Kann man ja ausprobieren, oder? Alter Helfer, äh, äh, macht ja volle Pulle. Das, was er kann. Ja, das sehen wir doch. Gleich. Warte mal mal eben raus. Sieht denn der von innen aus? Und der Joystick bewegt sich. Cool. Oh, da hat der Motor echt an alles gedacht an dem Ding. Find ich schön. Das sind echt Momotts, die ihnen gefallen. Hast du den Helfer angeschalten? Ja. Und was ist auch da die Anzeige? Oh, der fährt gerade mal 5 km h. Der Helfer? Ja. Okay, der passt also auf? Der passt auf. Der passt hier mal nicht auf. Ähm. Ja? Die durfte der, der hier da aber länger brauchen für Feld, oder? Äh, ja. Ist das nicht kontraproduktiv? Das, äh, was müssen wir halten da an. Ach, weil du da vorstehst. Mach doch mal weiter. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Ich muss doch gucken, dass das wieder verstärkt. Nur fahr doch mal. Äh, Vater, ich geh doch mal weg. Mann, ne. Verschwinde. Deine Schuhe sind direkt schon mit den Dreckscher Lutschen Gäste in das Auto rein. Äh, ich hab gar keine Füße. Geschweigenden Schuhe. Zehne, ne. John, 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 ne. Da, das wurde ja auch nicht, wenn du nur davor stehst. Ein Bett im Kornfeld. Und ich komme jetzt hin, ja, mit Stroh. Ha, 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 ha. Der OCRP. Hey, Mensch. Wie geht's? Und die Maria Zorro. Hallo, Jungs. Hey, Maria. Ja, hallo. Äh, ja. Maria meint, hey, Roro, mein Hübscher. Ha. Was hast du, der bezollt, dass die dort schreibt? Hm. Wieso? Das willst du nicht wissen. War wir zu viel? Nein, du petzt. Was, nein? Sind doch hier unter uns, Roro, was hast du denn bezollt? Nein, du petzt. Ach. Das erzähl ich dir nicht, nein. Achse. Du petzt. Kannst du auch nicht aufpassen, wo du lang fährst, hä? Hm. Du kannst auch nicht aufpassen, wo du lang läufst. Hast du wohl nichts zu tun, oder was? Hm. Ja, ich werde dir hier klemme abdanken. Wenn der fährt. Na, dann danke mal. Ja, geht ja nicht. Der fährt gerade auf der blöden Seite. Hm. Der fährt aber arsch langsam. Oh, sieht geil aus, das Ding. Ja. Ja. Erstmal ne Schlicksche Kaffee. Kann es sein, dass du den Helfer schief angesetzt hast? Schief? Der fährt schief? Ja, der hätte eigentlich noch mehr Wasser abmähen können. Weißt du, was ich meine? Da hast du verkehrt angefangen. Nein, nein. Das brauchst du. Nein. Du warst zuletzt drinnen. Ich war in die Mitte. Du warst unten. Du hast unten angefangen. Ach, erzähl doch nicht schon wieder. Rede dich nicht raus. Rede dich nicht raus. Rede dich nicht raus. Du redest doch schon wieder neu hier. Ich? Nein. Der braucht aber heute ewig der Helfer schafft. Der ist heute noch. Ja. Ich hub den mal an. Du guckst mal. Okay. Du guckst mal. Boah, ey. Hölzstoff. Na, schaffst das? Schaffst das? Schaffst das? Schaffst das? Oh, der lässt ein bisschen stehen, das ist Geld ein Buß. Ach, Mensch. Solche wer lädt ab. Schaffst der lädt ab. SteHs neben dem Rückspiel, das is' blöd. Nein, mach doch nicht. Und jetzt? Nein, mach doch auch nicht. Schaffst die Außenländer anmachnest du, Kacke. wo macht denn der nix der drohe ist zu kurz ach so weiß ja 13 ist jetzt wirklich viel zu kurz und das ganz schön kurz das ding das andere ist länger vom stand ja war ja war ja das war ja dass das originale noch ist wenn der kleine ist der fährt er auch schnell der Schiller ja der ist er ja wir sind mal freundlich mit überlänge kann es sein Rostandau getreten gibt es zu ich hab an der rostandau getreten ist es wirklich schon so spät netta in was netta in ach stimmt ja ich hatte ja die hier hatte ja anmoderation für die die hier neu sind beim stream wir nehmen das ja noch nebenbei für youtube auf also nicht wundern wenn wir hier jedes mal an und ab moderieren das ist dann noch mal extra für youtube der aussie lp hatte auch geschrieben wo wir hier abgetankt haben lass laufen auf jeden fall aber ab mal irgendwo moderieren tust du schon lange noch nie ne noch nie irgendwie schon also eigentlich 15 minuten folgen aber wir sind gleich bei 18 minuten folgen wenn ich mal weiter so den talmann angucken das ist schon ja wir sollten doch mal anfangen oder meinst du ach stimmt ja das war ja ich na dann liebe leute das war's auf oder alles wir bedanken uns fürs zusehen bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.